Da runter! Runter jetzt! Duck dich! Duck dich! Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Das ist eine Bar. Bis morgen sind wir safe. Wir dürfen nur nicht an die Fenster ran. Wie heißt du? Keine Ahnung. Was? Kannst du dich auch nicht mehr erinnern? Nein. Ich weiß gar nichts, okay? Ich weiß nicht, wie ich heiße. Ich weiß nicht, wo ich wohne. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich bin hier heute aufgewacht und das Einzige, was ich hatte, war diese Scheiße hier. Dann, wenn ich hier raus, hab dich gesehen, bin hier hinterher. Das ist alles. Was soll das alles? Diese Zeichnung, die Brandwunden, die gleichen Klamotten? Wir können uns beide nicht mehr erinnern? Ja, was weiß ich, Mann. Ich hab auch keine Ahnung, okay? Ich dachte, du hast gleich einen Plan von irgendwas und kannst mir sagen, ob ich was mit dieser Freddersenscheiße zu tun habe oder nicht. Was für eine Freddersenscheiße? Meiner, du weißt. Ja, das trifft den ganzen Tag in Nachrichten. In einer freistehenden Villa auf der Hamburger Elbschusssee kam es gestern zu einem Überfall mit tödlichem Ausgang. Alarmiert durch die Schreie des Opfers verständlichen Nachbarn die Polizei. Nach ihrem Eintreffen fand diese die Leiche des 44-jährigen Thomas Freddersen, dem Leiter des Instituts Kooperation X. Freddersen wurde mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt. Ob es sich dabei um einen Raubmord handelt, kann die Polizei derzeit noch nicht bestätigen. Die Überwachungskamera auf dem Grundstück konnte Aufnahme des vermeintlichen Täters festhalten. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um den vorgestraften Samuel Lubota. Wenn Sie konkrete Hinweise haben, melden Sie sich umgehend bei der Polizei oder unserer Redaktion bei Netflix24. Hallo? Hallo? Ich bin ja eben... Hey! Die Hände an die Warten zu fahren! Ich hab die gesuchte Person gefunden. Die Täterbeschreibung passt genau. Ich schreibe das hier alles für den Fall, dass ich mich so wie die anderen irgendwann nicht mehr erinnern kann. Dann hoffe ich, dass du jetzt der Richtige bist, der das liest. Hier bei uns sind sie keine Straftäter. Hier sind sie die Zukunft unserer Gesellschaft. Hi, ich bin Sam. Wollen wir jetzt Freunde sein? Verpiss dich jetzt. Wir halten so eine Macht in den Händen. Ist krank. Die haben ihn betäubt. Dann findest du das normal? Ja! Die Sorgen dafür, dass man irgendwelche Dinge vergisst. Kennst du mich noch? Soll ich die Fresse haben oder was? Ich will nicht so werden wie die anderen. Du glaubst mir keine Erinnerung. Einfach so wieder zurückholen. Ich war derjenige, der dich zu wissen hat, ich war dir immer wieder entschuldig. Stimmt, ja. 74. 75. 75. 80. 70. 90. 25. 83. 100. 81. Ich hol' euch hier raus. Ich hol' euch hier raus. Ich verspeich's dir. Was ist mit der, wer ist das? Willkommen, James. Unsere Wege haben sich so oft gekreuzt, aber du hast mich nie gesehen. Was hat denn so lang gedauert?